Musik Schau mal, Lisse, den Schmetterling habe ich neu bekommen. Ist der nicht schön? Ja, sehr schön. Und er glitzert so schön. Ja, das ist ein Zauberschmetterling. Hallo. Anna, dürfen wir mitspielen? Ja, okay. Meine Prinzessin und ihr Prinz gehen im Park spazieren. Und meine sind auf dem Balkon. Sie wollen den König besuchen. Und jetzt komme ich mit der Kutsche und hole die Prinzessin und die Prinzen ab. Okay, die Kutsche ist da. Alle einsteigen, wir fahren in den Wald. Dann wird das Ganze neblig in den Wald und sie finden den richtigen Weg nicht mehr. Aber da kommt mein Zauberschmetterling und zeigt ihnen den Weg nach Hause. Komm, es geht hier entlang. Aha, da ist ja schon das Schloss. Anna, Lena, es gibt Abendessen. Oh, schon schade. Musst leider nach Hause, Lisa. Ja. Tschüss, Lisa. Tschüss. Oh, heute hatte ich ganz schön viel zu tun im Büro. Ich bin ziemlich müde. Mama, streifst du mir bitte noch Butter auf das Brötchen? Klar, so. Ich bin fertig, Mama. Darf ich spielen gehen? Ja, ist gut. Anna, hast du mein Schmetterling gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber das gibt's doch nicht. Der war doch gerade vorher doch da. Hast du ihn mir weggenommen? Nein, ich habe ihn wirklich nicht. Lena, was schreit ihr denn so rum? Mein Schmetterling ist verschwunden. Und ich bin mir ganz sicher, dass er oben neben dem Schloss lag. Das kann doch nicht sein. Jetzt schaue ich nochmal mit. Vielleicht hast du ihn in Gedanken einfach irgendwo anders abgelegt. Hm, beim Schloss ist er wirklich nicht. Ja, sag ich doch. Jetzt schauen wir hier überall nochmal ganz genau nach. Vielleicht hast du ihn irgendwo eingeräumt. Nein, das habe ich nicht. Wir könnten mal noch Lisa fragen, ob sie ihn gesehen hat. Aber erst, wenn wir ganz sicher sind, dass er nicht bei uns hier ist. Mein schöner Schmetterling ist weg. Und ich habe ihn so gern. Oh, hast du ein Schmetterling? Ja, den hat mir Lena geschenkt. Das ist ein Zauberschmetterling. Hallo, kommt rein. Oh nein. Ich warte nur Lisa fragen, ob sie mein Schmetterling gesehen hat. Finde ihn nämlich nicht mehr. Oh, ich werde sie mal schnell holen. Lisa? Lisa? Lisa, Lena ist da und sucht ihren Schmetterling. Kann es sein, dass du den einfach so mitgenommen hast? Ja. Weißt du, ich fand den so schön. Ich hätte halt gern auch so einen schönen Schmetterling. Aber Lisa, das darfst du doch nicht machen. Man darf keine Sachen einfach so mitnehmen. Lena hat den Schmetterling auch sehr gerne und jetzt ist sie sehr traurig. Ja, hoffentlich ist sie jetzt noch meine Freundin. Ich denke, wenn du ihn jetzt zurückgibst und dich entschuldigst, dann wird sie dir sicherlich verzeihen. Hallo, Lena. Ja, dein Schmetterling. Danke. Es tut mir leid, Lena. Ich mache das nie wieder. Ich hätte halt gern auch so einen schönen Schmetterling. Willst du denn jetzt noch meine Freundin? Ja. Aber du hast mir wirklich nichts mehr klauen. Du hättest mich gefragt können, dann hätte ich ihn dir mal ausgeliehen. Ja. Okay, dann ist ja alles wieder in Ordnung. Tschüss. Tschüss. So, hat sich die Sache geklärt? Ja, ich habe ein Schmetterling wieder. Und jetzt weiß ich auch, was ich Lisa zum Geburtstag schenke. Genau so ein Schmetterling. Ich empfehle euch dieses Video von uns. Und wenn ihr bei mir klickt, könnt ihr uns abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dann habe ich mit dem Innstặ dishes. Und dann kann ich mit dem Atme. Ja, ich nehme mit Sperl口 host Und dann eben bei dem Getezyk, der ist immerchin 주변. Vielen Dank.